ja super aber was nun mit diesen statuen ist keine ahnung ich will trotzdem mal kurz auf den berg darauf 250 gold und wir haben schon wieder so viel geld zusammen dass wir gleich wieder auf die karte gucken könnten eigentlich und die ganzen billighäuser kaufen haben ich meine können wir uns auch ein paar goldstückchen sparen das ist der heldenhügel wahrscheinlich aus irgendeinem fable teil vor fable 3 die ich leider nicht gespielt habe und auch nicht unbedingt erinnerungen an das let's play von der lost chapters was ich angesehen habe deswegen kann ich jetzt nicht allzu viel dazu sagen ich weiß nur dass wir eine kiste mit einer perle gefunden haben wow das hat der walter cohen bestimmt gemeint oder natürlich in irgendeinem fenster von rivers villa geguckt um zu spannen das kann natürlich auch sein doch jetzt gehen wir erst mal ins power stone industriegebiet und suchen diese pasteten fabrik dazu folgen wir einfach mal hier diesen goldenen pfad so wie sonst auch wo ich sollte vielleicht einmal ganz geschwind die quest beschreibung durchlesen also hier von der liste und noch gott ich muss das licht anmachen ist ja viel zu dunkel geworden zum lesen moment scully sprach es werde licht doch erfand den schalter nicht nachdem ihr in die fabrik hinunter gesprungen seiten müsst ihr euch nur umdrehen und ihr seht den zwerg in einem käfig ja gut den hake ich mir einfach schon mal ab so schwierig würde es ja nicht sein so liste weglegen und weiter geht's ja darfst gerne rennen und die leute umrennen ist auch gestartet leider müssen wir hier lang einmal im slalom hier durch und wieder zurück da verdammt so hier lang vorbei an den fessern und schubkarren banditen das sind aber starke banditen schocken damit sie erst mal außer gefecht gesetzt sind oder ist der immun gegen magie oder was alter was hält der denn aus du sollst den großen land greifen ich habe gerade noch aufwürfe 1 gedrückt alter du sollst die großen ankämpfen der kam natürlich auch nicht das scheint auswärmen diesem verkackten kampfsystem hätte man besser machen können verdammtes hacken slay system wir müssen alter der typ der kriegt solche breitseiten ab und wird einfach nicht geschockt während der andere minuten lang gestand ist ich hoffe das hinterlässt seine marmel heiltrank alter das gibt es ja nicht hier die zauber müssen verflächtet werden ich muss unbedingt diese großen wegkriegen vielleicht können wir den kleinen da erst mal weil der schießt das hat den natürlich auch nicht umgebracht oder doch so paar skelette hier äh dingsen rösten wie ein kleines spanferkelchen am spieß das muss doch reichen oder wie viel halten die denn bitte aus nutzen wir die zeit mal zum laden müsst ihr irgendwas kompensieren na endlich so können wir uns wenigstens irgendwas looten oder nach looten geht in dem spiel ja auch nicht wenigstens einsammeln hier eine schatztruhe plündern wenigstens etwas ein rubin sehr schön ja der bringt es natürlich im käfig war es ne sobald ich irgendwo runde gesprungen bin also in der fabrik einen schalter genau wie du wahrscheinlich öffnet er dieses tor ja da führt ja auch der pfad hin die welt verlässt sich auf große starke männer so und da ist das tor auch offen im gegensatz zu dir ja ach die singen wieder ein lustiges lied wa net schon wieder der rollt sich auch einmal nicht weg obwohl ich tausendmal die leertasse drücke mag 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 ist scheiße ich benutzt Blitze kein feuer ne ist blöd merkst du selber wenn das in der erste gott der xo-lan version Hä, der war doch gerade ein Skelett. Ach, so ist er ja. Ist ja der andere. Vorhin halten die einfach so viel aus und jetzt ist er nach zwei Schlägen tot. Genau. Weg rollen. So. Kame. Kame. Und nächste Stufe noch. Letzte Stufe, komm. Kame. Kame. Ha. Sag nicht, es hat nicht getroffen. Du sollst den Großen eingreifen. Kame. Kame. Ha. So, das war der Große. Gut. Ich hab keine Mutter. Mehr. Oder so. Nee, natürlich. Schöne Schuld. So, ich schick dich in den Himmel. Kannst mit deinen Brüdern ein kleines Fest feiern, aber nicht hier. Wenn ich einen Freund wie euch hätte, könnte ich ihm Geheimnisse erzählen und ihn dann anzünden. Jetzt stirb doch endlich, Junge. Ich würde jemanden wie euch gern kennenlernen. Oh, tat das weh? Du sollst kaputt gehen. Du hältst ja noch mehr aus als die Großen. Wisst ihr, was mir an Menschen gut gefällt? Sie sterben. Ähm. Ich mag den Winter am liebsten, vor allem den Schnee. Willst du nicht deine Sätze beenden? Ähm. Moment, 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 Moment. Erst einmal. Warum kann man dir eigentlich nur abschießen und nicht kaputt schlagen? Den Säck haben wir ja schon abgehakt, genau. So. Bühnchen. Das Schöne natürlich ist, man hört, dass das Menschen eingesungen haben. Also man hört wirklich, dass das Menschen eingesungen haben. Fleischpastete. Yay. Ich glaube, wir müssen einfach nur hier den Hebel ziehen und dann ist alles offen, oder? Es sind aber, glaube ich, auch ein paar echte Hühnerstimmen dabei, so wie es sich anhört. Okay, wie will man auch so Hühner dazu bringen, so ein schönes Lied zu singen, ist natürlich ein bisschen schwierig. Lauft, meine Freunde, lauft in die Freiheit und ärgert Kronk. Oder so. Komm, wir lau... Wir müssen eigentlich unsere Hühnerkostüme anziehen und hinterherlaufen. Hui. Alter, du sollst sie treten. Yay. Yay. Noch mehr in den Fluss treten. Ich bin ein böser Mensch. Genauso böse wie die Hühnchen. Na. Verdammt. Also die Hühner zu treffen, ist manchmal echt schwierig. Näh. Ist das Hühnchen tot, oder wie? Oh, ist aber schade. Was? Nein, ich will den Hund nicht ausschimpfen. Äh, jetzt muss ich zurück, oder? Genau. Einmal nach Millfields. Schon 75 Angriffe durch unseren Hund. Das ist ja erfreulich. Äh, pfff. Wo ist denn das jetzt? Ja, fick dich. Mann, ich will nicht dahin laufen. Wo ich jetzt auch immer bin. Irgendwo in Bowerstone. Bowerstone-Markt. Ich bin nach Millfields, Idiot. Das wäre dir bereut. Will den Großen angreifen. Ich kann da auch nicht irgendwie durchwechseln. Auf den Großen. Auf den Großen. Und der wird kein einziges Mal geschockt. Ja, super. Beim kleinen Angriff natürlich schon. So, ein kleines Magie-Duell. Kleines Magie-Duell. Mal schauen, wer zuerst stirbt. Ich hatte natürlich den ersten Treffer. Das ist ein Vorteil für mich. Und ich hab gewonnen. Sehr schön. Tja. Scheiße war's, ne? Hoffentlich haben die nicht noch mehr Große da. So. Da hilft ja auch deine feuerfeste Unterwäsche nix mehr. Noch eine Stufe. Ah, ich mach mal lieber. Weil die letzte dauert im Moment sehr lange noch. Nein. Nein, das war ein Hoppelhäschen. Hoppelhäschen. So. Noch mehr angreifen. Die halten aber auch schon viel mehr aus. Und das war der letzte. Hoffe ich. Jedenfalls fürs Erste. Weil da kommen ja immer Tausende nach. Wie man es kennt. Wir hätten natürlich auch die Abkürzung nehmen können. Äh, in die Stadt quasi hineinzoomen. Und dann bei der Quest-Hande da schnelle Reise anwählen. Aber meine Güte. Können wir unser Schwert ein bisschen hochleveln. Schadet ja auch nix. Oh nein. Aber ich sehe keinen Großen. Das ist schon mal gut. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Nach unten. Und Feuer. Was war das? War das ein Glück? Nach unten. Und Feuer. Das war glaube ich gar nicht nach unten. Das hat auch nicht gereicht. Ich sehe mal noch ein paar kleine hinterher. Was? War das ein Zauber? War das ein Zauber? War das ein Hexendes Stück Gebäck? Was? Hexendes Stück Gebäck? Scharfschütze! Das bin ich! Hm. Ganz ehrlich. Und na. So. Und auf den letzten. Den kleinen. Möchte gern scharf schützen. Und du und dein verdammtes Gewehr. Kameh. Kameh. Sieht so wirklich das Ende aus. Na komm schon. Ha! Sehr schön. Um. Super.